Hallo zu einem neuen Mock von mir. Ja, es ist ein Mini-Mock, wie ihr sehen könnt. Es ist ein Mock, es ist auf einer, äh, was glaube ich, Naboo, auf Deveron. Hier ein Atem-Täter-Druiden, ein Sugi und Embo. Die haben halt eine Kopfgeldprämie kassiert und sind jetzt gerade halt dabei, wieder zu fliehen oder halt abzuhauen. Und halt dem Auftraggeber halt zu sagen, dass sie das halt erfolgreich gemacht haben, also den Auftrag erfolgreich erledigt haben. Dann halt hier die Klone, die sie dann nicht so ganz bemerken oder ihnen nicht so toll in den Kram passen. Ähm, ja, da ist zweimal Bombsquad, zwei Bombsquads. Einer lebt noch, der andere halt so ein bisschen Game Over, wurde halt schon abgeschossen. Äh, dann noch ein Horn-Company-Trooper. Ja. Und die stellen sich halt denen halt in den Weg. Und dann hier halt alles so ein bisschen detailliert und alles. Ja. Dann, da ist wieder der Baum, den ich schon mal gezeigt hab. Da ist, wie gesagt, eine Spitze drin, wo ein Auftrooper dran sitzt. Ich mach jetzt gerade mal das Dach ab. Ja, hier dann der Auftrooper. Und da hat halt ein Gewehr in der Hand. Das zeig ich jetzt nicht, sonst muss ich den ganzen Baum auseinander nehmen. Ich mach wieder das Dach drauf. So, also das war's für meinen Minimog. Ähm, ich hoffe, es hat sich gefallen. Und, ja, das war's also. Es war ein Freund dabei. Also, es ist ein Freund dabei, immer noch da. Und der hat mir halt dabei geholfen. Das ist ja jetzt nicht groß, aber, ja. Ich werde jetzt bald auch noch Droiden selber bauen, rausbringen. Wir haben zwei Droiden gebaut. Holst du die mal kurz. Welche wie den hier? Ja, genau. Den da? Ja, ich zeig ihn jetzt an. Ja. So, mit einem Arm und, ähm, keine Ahnung. Den haben wir selber gemacht. Wollen wir noch. Wo ist der andere Droide? Hä? Das ist mein Fehler. Wo ist der andere Droide? Ähm, keine Ahnung. Na ja, den werden wir schon auch finden. Keine Ahnung. Ja, genau. Also, auf jeden Fall, ähm, das ist eben unsere Droide. Wir werden auch ein Video vielleicht machen, wie man den selber baut und was für Teilmom braucht. Ist also so ein Droide, keine Ahnung, was für einer. Äh, ja. So eine Mischung aus Droideka und normalen Kampfdroiden und, keine Ahnung. Auf alle möglichen jetzt einfach mal. Iiiiih. Ja, das ist also. Dazu zu unserem nächsten Video. Es wird dann wieder ein größerer Mock. Also, wir hatten heute heute nicht so viel Zeit und haben dann am Anfang noch einen Klang gemacht. Aber, es wird auf jeden Fall ein größerer Folgen. Vielleicht am Wochenende. Oder so, keine Ahnung. Das sieht man. Also, tschüss. Und, wie es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Liked, abonniert, kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.